In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie grundlegende Bearbeitungsschritte von Sprachaufzeichnungen mit Audacity durchführen können. Audacity ist eine freie Audiosoftware und kann kostenlos unter www.audacity.de für Windows, macOS und Linux heruntergeladen werden. Audacity bietet eine große Anzahl an Filtern und Effekten und die Möglichkeit, mit beliebig vielen Spuren Audiodateien zu bearbeiten und zu mischen. Zunächst können Sie hier das Mikrofon und den Audioausgang auswählen. Sie können Audiodateien aufnehmen oder auch Audiodateien zur Bearbeitung öffnen. Ich öffne zunächst eine Audiodatei. Über diese Schaltflächen ist es möglich, die Audiodatei zu trimmen, Teile auszuschneiden, zu kopieren und woanders einzufügen. Ich erstelle nun eine neue Audiospur. Nun kann ich Teile in diese Audiospur hinein kopieren, verschieben und neu arrangieren. Dies ist nützlich, wenn ich beispielsweise aus einem Radiofeature oder einer Podcast-Folge eine gekürzte Version zusammenstellen möchte. Nun möchte ich Ihnen ein paar Bearbeitungsschritte zeigen, die sich für Sprachaufzeichnungen eignen. Zunächst die Filterkurve. Markieren Sie die gesamte Aufnahme und klicken Sie unter Effekte auf Filterkurve. Die X-Achse zeigt uns das Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz in logarithmischer Darstellung. Die Y-Achse bezieht sich auf die Lautstärke. Je nachdem, wie wir die Kurve hier einstellen, werden bestimmte Frequenzbereiche lauter oder leiser. Klicke ich auf die blaue Linie, erzeuge ich kleine Punkte, mit der ich die Kurve manipulieren kann. Als erstes kümmere ich mich um die tieferen Frequenzen. Wir nehmen hier alle Frequenzbereiche unter 60 Hz raus. Damit kann man ungewollte Hintergrundgeräusche wie Rumpeln oder Trittgeräusche rausfiltern. Dann kümmere ich mich um die sehr hohen Frequenzen. Wir filtern alle Frequenzen raus, die über 10 kHz sind. Damit unterdrücken wir hochfrequente Hintergrundgeräusche und unangenehme Z-, S- und Zischlaute. Nun kann man noch ein wenig die Frequenzbereiche der Stimme anheben. Bei tieferen Stimmen empfiehlt sich eine Anhebung von 4 dB um 190 Hz und 4 dB bei 3 kHz. Bei höheren Stimmen empfiehlt sich eine Anhebung um 4 dB um 400 Hz und 4 dB um 4 kHz. Nun möchte ich die Amplitude, also die Lautstärke normalisieren. Hier in der Aufnahme sehe ich jedoch einzelne prägnante Spitzen. Diese muss ich zunächst entfernen, um die Audiodatei gleichmäßig normalisieren zu können. Hierfür eignet sich ein Limiter oder auf Deutsch Begrenzer. Den finde ich ebenfalls unter Effekte. Ich stelle hier mal –3 dB ein. Das bedeutet alle Spitzen, die lauter als –3 dB sind, werden weggeschnitten. Dann wähle ich noch Hard Limiting oder auf Deutsch harte Begrenzung aus. Je nach Audiomaterial muss man hier ein wenig ausprobieren, bis man die passende Einstellung gefunden hat. Nun kann ich die Aufnahme normalisieren. Dafür gehe ich auf Effekte und klicke auf Normalisieren. Eine weitere nützliche Funktion ist die Störgeräuschminderung. Diese eignet sich dazu, Störgeräusche herauszufiltern, die nicht mit der Filterkurve erfasst werden konnten. Hierfür benötigen wir eine ruhige Stelle, bei der nur das Störgeräusch zu hören ist. Häufig ist so ein Bereich am Anfang oder am Ende eine Aufnahme oder bei einer Sprechpause zu finden. Haben Sie so einen Bereich gefunden, markieren Sie ihn, klicken dann auf Effekte, auf Rauschminderung und Rauschprofil ermitteln. Danach markieren Sie den Bereich, aus dem Sie das Störgeräusch herausfiltern möchten, gehen dann wieder auf Effekte, Rauschverminderung und klicken auf OK. Je nachdem um was für ein Störgeräusch es sich handelt, müssen Sie ein wenig mit den Einstellungen experimentieren. Es kann passieren, dass wenn Sie zu stark filtern, sich die Stimme durch die Filterung sehr unnatürlich, beispielsweise metallisch anhört. Audacity bietet einen großen Funktionsumfang und die Möglichkeit mit mehreren Spuren zu arbeiten. Jedoch ist Audacity an einigen Stellen ein wenig unübersichtlich und man benötigt daher ein wenig mehr Zeit sich einzuarbeiten. Mit der Verwendung der Filterkurve, dem Limiter, der Normalisierenfunktion und der Störgeräuschminderung kennen Sie nun grundlegende Funktionen zur Nachbearbeitung von Sprachaufzeichnungen. Begnügen auf einen neuen Spuren, die Sie hier nicht verstehen, auf diesen Appen sehen, weil Sie auch die Flüchtlinge auf die Nerven sehen, können Sie nicht verstehen. Ich wohne die Flüchtlinge nehmen und Sie nicht verstehen.